Womit kann ich Ihnen dienen? Wasser für einen Kühler! Bitte sehr, bitte gleich. Womit kann ich Ihnen dienen? 30 Liter Benzin! Bitte sehr, bitte gleich. 50 Liter Benzin! Bitte gleich. Eine Kanne Öl! Bitte sehr, bitte gleich. Autofahren, Autofahren ist die grünste Schwäche jener kleinen Frau. Und es träumen alle Müttelein, heute schon von einem Führerschein. Rassewagen, Klassewagen drin, ein süßes Meer unter Himmelblau. Ja, wer möchte denn nicht Partner sein? Und so mancher Mann ruft ihn dabei. Hallo, du süße Frau, fahr nicht allein. Es könnte sein, du steuerst falsch und grad vorbei. An deinem Glück. Wieso? Mein lieber Schatz, ich brauch für mich den ganzen Platz. Nimm mich doch mit. Ich weiss den Weg hier nur zurück. In der rechten Wandersteuer Führe, führt er dich ins Abenteuer. Hallo, du süße Frau, fahr nicht allein. Sag mich doch ein, ich weiss den Weg ins Paradies genau. Ich weiss den Weg ins Paradies genau. Wieso, mein lieber Schatz, brauchst du für dich den ganzen Platz. Nimm mich doch mit. Ich weiss den Weg ins Paradies genau. Ich weiss den Weg ins Paradies genau. Das hab ich ja vergessen. Fährt man nicht im Lenz gemeinsam, Fährt man nicht im Lenz gemeinsam, Fährt's im schönsten Auto einsam. Hallo, du süße Frau, fahr nicht allein. Lade mich doch ein, ich kenn den Weg ins Paradies genau.